Und herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo mit Anishigo, Grandscrebs, Kundran, McFly, Nils und Liquid. Hallo, wak wak, servo. Hallo, warte. Wir haben es immer noch nicht geschafft so einen Server zu machen, weil wir wieder keine Zeit hatten. Wow, so strecken wo du nur geradeaus wärst und ich drifte direkt nach rechts. Und wir spielen wieder hier auf unserem Server, aber dafür Strecken, die wir so noch nicht hatten. Das ist schön. Was? Ah, ist die Kurve eng? Weit. Ich dachte, das ist doch eine Strecke, wo man nur geradeaus fahren muss. Dachte ich auch für einen kurzen Moment, aber leider nein. Weil man erlegt dich ja sogar richtig geil. Alter. Wie oft geht's dir denn noch im Kreis? Der Anfang ist so geil, dass er dich am Anfang richtig in die Kurve legt. So was finde ich so cool immer. Außer, dass man manchmal am Start zur Seite lenkt. Warum ist das eigentlich so? Das ist, keine Ahnung. Oh nein, ich komm noch nicht an. Das ist mir gerade auch wieder passiert. Ja, mir auch. Ich bin nach dem, nach dem Sprung bin ich einfach aufgekommen und komplett nach rechts abgedriftet. Echt? Alter. Ja, ich auch. Der Rundgang hier ist aus dem Kreisel. Das ist mehr als ein Kreisel. Die letzte Kurve vom Ziel war so langsam. Was, da ist ein Ziel? Was, da ist ein Ziel? Warte. Nein, nochmal Engine auf. Nein, komm, komm, komm. Ja, bei dem Engine auf bin ich nie gezielgekommen. Also nicht ins... Malik wird schon, mein Gott. Was los denn jetzt? Wieder Kopf an Kopf mit dir. Lass mal Minecraft-Spiel. Ja. Lass mal Minecraft-Spiel. Das ist einfacher. Aber ja, das ist echt genau. Oh mein Gott. Das Engine hier ist relativ simpel. Ich schaff' diesen Looping nicht. Dieses Mal gibt's gar keinen Looping. Den einen Looping hier. Was ist das? Scheiße, du Dinger. Nein, nein, ich hab's weg. Anders auf dem Bachelor-Server, glaub ich. Ich hatte, boah, bis zu einem Checkpoint, gleich zweiter und dann bin ich gegen das Tor gefahren. Alter, wenn man am Anfang einen Gas geben, ne? Wenn der da schon abzieht, nach links oder rechts. Dann wird sich direkt neu. Ja, voll nervig. Die Strecke ist aber irgendwie echt cool. Die ist lustig. Die Strecke ist cool gemacht. Ich würd die Strecke gerne mal sehen, aber... Der Looping, wo du nur geradeaus fahren musst. Ja, aber da ist ja vorher, du kannst ja in der Mitte, in dem Tunnel ist doch in der Mitte so eine Blockade. Da musst du ja dann rechts fliegen. Ja, da musst du dann, guckweißen. Was? Wow. Ich hab nichts, also zumindest, äh, merkbar nichts berührt und bin einfach von der Wange geflogen. Bist du mit Controller, Anne? No! Ach Gott, ich schaff' ich das einfach. Weißt du mit, Nils? Nein. Okay, ich muss jetzt einfach mal. Nein, nicht mit Anne. Voll nervig wieder. Dann bist du gegen den Ring gesprungen, oder? Ja. Ich war gerade die ganze Zeit dritter und dann... Noll, manche schaffen das letzte Engine oft nicht und dann fahren rückwärts im Berg wieder runter. Und verhungern den Jahr davor, ja. Ja, ja, das hat mir auch passiert. Gerade in der ersten Runde hatte ich das. Ich schaff' keine richtig gute Runde. Ja, ich drifte, ich hab, ich, ja. Nein! Oh, shit! Ich hab oft, wenn ich, wenn ich einfach nach unten, also wenn es nach unten geht, in diesem Engine aufteilen kann, dann drifte ich, dann fahr' ich immer gegen die Bande unten. Dann bist du da so am Vorgang. Yes, ich hab liquid. Ach komm, dann flieg ich da auch noch raus, ey. No, Sir, nooo! Komm, jetzt brauche ich... Oh Gott, letzte Runde schon. Bist du da Nils? Boah, Nils ist vor mir, ey. Dreizehnter. Nee, ich bin Aachen. Nein! Das ist doch immer dasselbe. Wieso? Wieso? Ah, wie? Habt ihr alle schon die Runde geschafft? Oh, das war hier echt Nils. Doch, hab ich wohl. Ich bin mich beschissen. Überhol dich gleich. Beider so'n lahmen Arsch. Musst du hier die Kurven nehmen? Muss man hier auf der Map vom Gas gehen? Oder wie ist das tatsächlich? Im Engine-Off, klar. Nee, nee, also in einigen Kurven, wenn ich da... Ich drifte und drifte und drifte und ich komm' nicht rum. Er driften kann das Auto ja eh nicht wirklich. Ich kann doch nix höher, geh nicht schneller. Ich fahr' in der Wand, ich fahr' in der Wand, ich fahr' in der Wand. Nein, jetzt wird ganz möglich. Ich auch. Ah, noch ne gute Zeit hier! Bam! Ach, vor Nils! Nein! Ich hab' auch noch mal. Ich bin neunter, ja. Aber es kommt nicht schnell ins Ziel. Ich bin 49 meine Zeit. Boah. Wenigstens noch 27 voll. Ach, Crimes auch hier. Macht man so bei Trackmania? Ja, genau. Ich bin es jetzt okay. Ich bin es jetzt okay. Hopp, bitte kommt keiner mehr schneller rein. Ich bin grad noch Platz 10. Schön für dich, Shigo! Ja! Find ich auch! Nein, ich bin 13. Elfter! Hör auf! Ich bin 11. Jetzt bin ich 12. Jetzt bin ich 12. Lächerlich! Was? Ich hab' doch nichts hinter mir. Top 30. Hör aufsache von Nils, aber das ist ja nicht schwer. Ey, ich war gerade auf dem Boost vor dem Ziel. Ey, das ist doch so ein Bisch. Aber die Strecke war geil, sieht doch nice aus. Die Strecke war cool. Ja, die Strecke war echt nice. War der auch ins Ziel gekommen? Nein. Okay. Oh! Da vorne ist so ein Wohnwagenfahrer. Da vorne ist so ein Wohnwagenfahrer. Das ist der einzige Holländer, der mitspielt. Also weltweit. Aber schon krass, dass du erster wärst mit nem Wohnwagen. Er kann's. Was sind diese frisierten Wohnwagen? Das zählt nicht. Ihr kennt ja nicht diese Wohnwagenrennen, wo die Dieren zerstören und so? Ja, genau. Die sind cool, ey. So wie bei Stokka? Ja, Stokka mit Wohnwagen. Aber das Ziel ist, für den anderen die Wohnwagen kaputt zu machen. Ja. Haben wir durchgefetzt, ey. Und damit spannender ist, tun sie die Familie vor herein. Alter. Hier haben die Leute mehr Mühe. Okay. Auf Erde. Los geht's. Oh, Erde. Das sind die Besten. Nein, please. Oh nein, hier. Ich hasse das. Oh nein. Ist das die Strecke? Das ist nicht die, die wir schon mal hatten, wo man gegen die Einnehmer fliegt. Ja, ja. Hallo Anne. Hi. Hi. Bis jetzt fährt sich die geil. Anne, Gas geben los. Ist doch mit Sicherheit in Ruhe los, oder? Oh, da vorne ist Craps. Wann hast du mich denn überholt? Craps. Weg, Junge. Bis jetzt fährt sich die Mann auch geil. Ja, ich hab nur an einer Kurve. Die hast du genau gesehen, wo es verkackt hat. Nein. Nein, hier bin ich Erster. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit? Echt? Ja, ich hab noch nie gesehen. Ja. Ist Multilab. Und ich hab das Multilab versaut. Ich auch. Ich bin direkt runtergesprungen und in die Bande. Ich glaub aber alle, oder? Wahrscheinlich, ja. Oh, immer noch 7 damals. Ich bin Erster am Checkpopen. Wie lange ist denn die Strecke, ey? Ey, ich auch. Ey, ich bin Erster am Checkpopen. Alter, das wird ne Topzeit. Nils, geht das überhaupt? Wenn du Erster am Checkpopen wirst, ich denke schon. Hab ich dann die beste Zeit? Bisher als Einziger, der auf einer richtigen Runde ist, wo noch keiner seine verdammt betriegende Runde abgefasst hat. Nein, jetzt bin ich fast umgefallen. Wie kann ich denn jetzt weiter sein, wenn noch keiner im Ziel ist? Ich bin ein Achter sogar. Dann ist jetzt einer im Ziel. Ne, das geht glaub ich nicht. Hä, wo ist denn das Ziel? Hä? Es ist unten auch an. Es ist Mulde, Anne. Du musst immer weiterfahren. Äh, Anne. Aber ohne umzudrehen. Aber ohne umzudrehen. Aber ohne umzudrehen, dass du auf der ersten Runde schneller sein kannst, als auf der ersten Runde schneller sein kannst, als auf der ersten Runde schneller sein kannst. Nein, ich denke nicht. Da vorne bist du aber. Ja, du hast mich nicht überwundet, ich hab zurückgesetzt, Mann. Achso. Du voll. Ich überwundet. Ja, genau. Ich war hier nur im ersten Gang. Man darf's nicht zurück. Doch, es gibt ein Ziel. Eine Runde zählt und du fährst aber direkt die nächste. Ja, aber ich musste, ich musste zurücksetzen. Ah, okay. Ich lag aufm Dach. Ja, aber dann setzt man mit Y zurück, anstatt Gans. Oh, der Dalu da vorne am Drift-Dorm. Ja, die Runde war nix. Nächste jetzt. Oh, nee. Oh, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Alter, du. Was für Geräusche. Ich jetzt? Den Dalu, ey. Bescheuern, ey. Ich stehe immer auf der Sonne. Bist du doof? Bist du doof? Den auch, ne? Hallo, ne? Hallo, ne? Der hat dann die Puppen mal auf die Bahn gestellt, ey. Die du warst. Jetzt hab ich ihn gleich. Was, Buro, was? Ey, wenn du mich hast, musst du ja gleich Erster sein, weil ich bin immer zweit an den Checkpoints. Ja, ich überhole dich jetzt grad. Siehst du nicht den Typen? Wow! Ne, seh ich nicht. Welchen Typen? Nein, nicht gegen die Frau. Meinst du den auf dem Letzten, oder was? Ich bin im Ziel als Vierterster. Was? Ja. Junge. War ja gar nichts. Das geht doch überhaupt nicht. Natürlich. Ich hab mich verholt auf der Strecke. Kacke gefahren, Junge. Alter, nein. Och, nach dem Sprung dreht sich mein Auto einfach nur. Oh, oh. Wo kommst du denn jetzt auf einmal so schnell her? Das ist total unverholt. Die hat mich verholt. Ich seh dich doch nicht mal. Du bist doch gar nicht bei mir. Doch. Du bist jetzt grad in die Wande gefahren. Ansonsten bist du hundert Meter hinter mir, oder so. Jetzt bist du grad hinter mir. Siehst du mich nicht? Was? Ich überhole dich jetzt schon wieder. Bremst du beim Fahrrad? Hier vorne. Das war ich nicht, der da so komisch war. Da kommen Liquid übrigens. Der LinkedIn fährt schon ganz alt vor uns. Wir überholen den gleich. Ich fahr echt scheiße auf der Not. Ah, überrollest du ihn, Andreas? Oh nein, die Runde ist für den Arsch, ich bin in die Wande gefahren. Ah, ich bin jetzt auch schlecht. 35. Bist du jetzt vor oder hinter mir da liegen? Jetzt gleich vor dir. Okay. Ich bleibe mir grad nicht mehr sicher. Aber ich bin schon wieder hier Dritter an den Checkpals. Ich dachte, du wärst so dick abgezogen jetzt von mir. Ich weiß grad die Runde eigentlich auch gut. Jetzt zieh ich dich dick ab. Ja, ich sehe. Oh, da ist er hier. Top-Platzierungen sind drieb. Bist du noch? Ich bin nur zählt. Nein, Nicole hat ihn genommen. Oh, das kostet mich. Also nicht besser, aber immer noch. Okay, jetzt die fliegende Runde. Okay, jetzt aber. Letzte Runde übrigens. Ich habe keine Nummer. Nee, ich schaffe glaube ich gar nicht mehr. Nee, scheiße. Ah, ich fahr trotzdem. Komm schon. Für die Fans. Für die Fans. Für die Fans. Für die Fans machen wir hier noch eine geile Runde. Mach schon eine Ehrenrunde. Macht Vettel auch immer, ey. Weil er es muss. Da wird immer noch Erster oder wie? Sechster. Das können wir ja vielleicht hier auch einführen. Grants, wo bist du? Welcher Platz? Ja, ich bin Grants. Die Zeit wird besser. Ich wäre Treppchenplatz. Wäre drin gewesen. Ja, weil ich jetzt so angespornt habe. Weil ich das so im Nacken gesehen habe. Bin ich eine gute Runde gefahren. Ja, bringt den Schein. Die letzte war aber vor dem Ziel Ende. 13. Nein, Elster. Egal. Sechster ist doch nicht schlecht. So, Leute. Die Folge ist vorbei. Schaut mal vorbei links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao. Tschau. Tschau. Tschau.